Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zu meinem Video-Special über Uranus, Wind des Wandels. In diesem Video möchte ich euch zuerst mit dem Charakter und der Bedeutung des Uranus vertraut machen und dann gehe ich darauf ein, was es bedeutet, wenn er für die kommenden sieben Jahre durch das Zeichen Stier wandert. Zum Schluss gebe ich euch einen Überblick über die Bedeutung dieses wichtigen Transits für alle Sternzeichen. Außerdem habe ich auch wieder ein Beratungsgeschenk für euch. Mehr dazu später im Video, also bleibt dran. Fangen wir mit ein paar astronomischen und astrologischen Fakten an. Uranus ist der moderne Herrscher des Zeichens Wassermann. Er hat eine Umlaufbahn von rund 34 Jahren und damit beschreibt er im Horoskop bei unserem westlichen Lebensstandard ziemlich genau die Länge eines menschlichen Lebens. Nach einem halben Umlauf sind wir 42. Das ist ein Lebensabschnitt, der oft mit der sogenannten Midlife-Crisis einhergeht. Charakteristisch für Uranus ist, dass er gegenüber den anderen Planeten unseres Sonnensystems eine stark geneigte Rotationsachse hat. Das fand dann auch Eingang in die Deutung des Wassermann-Charakters, der als exzentrisch gilt und die Dinge gern anders macht als alle anderen. Als Uranus 1781 entdeckt wurde, revolutionierte er das bisherige kosmische Weltbild. Bis dahin hatte man seit der Antike das vertraute Sonnensystem mit sieben Gestirnen gekannt, von der Sonne bis zum Saturn, der als Hüter der Schwelle zum Universum galt. Die Entdeckung des Uranus sprengte dieses Weltbild schlagartig und schuf neue Dimensionen der Größe unseres Sonnensystems, denn er ist doppelt so weit von der Erde entfernt wie Saturn. Diese Bewusstseinsveränderung fand dann auch Eingang in die Deutung des Uranus, der für die Befreiung von alten Denkweisen, für plötzliche Umschwünge und Veränderungen steht. Bei der Interpretation des neu entdeckten Planeten bezogen die Astrologen auch die Zeitqualität mit ein. Kurz nach der Entdeckung des Uranus kam es nämlich zur Französischen Revolution, die 1789 ihren Höhepunkt fand und einen enormen Einfluss auf die gesamte westliche Welt hatte. Deshalb steht Uranus auch für die Ideale der Französischen Revolution, nämlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Aber auch für die Wucht, mit der sich diese Revolution Bahn brach. Wenn Uranus während seines Umlaufs empfindliche Punkte oder Planeten unseres Geburtshoroskops berührt, stehen oft überraschende radikale Veränderungen und Umbrüche in unserem Leben an, auch in Form von Befreiung aus überkommenen Strukturen. Deshalb nennen wir Uranus gern den Unruhestifter oder Überraschungsplaneten. Man könnte ihn aber auch Planet der Befreiung, Inspiration, Erfindung, Genialität und der Geistesblitze nennen. Bei der astrologischen Deutung werden ihm moderne Technologien, Gruppen und Netzwerke zugeordnet, insbesondere der Computer und das Internet. Auch die Elektrizität untersteht ihm, sowohl der Strom aus der Steckdose als auch die feinen Ströme unserer Nervenimpulse, die unsere Synapsen befeuern. Klar, dass Menschen mit starkem Uranus ständig unter Strom stehen. Außerdem untersteht ihm das Phänomen des Rhythmus und der Schwingung, also das Wissen, dass Töne oder auch das Licht selbst aus Schwingungsfrequenzen aufgebaut sind. Und er herrscht über das Fliegen, konkret über Flugzeuge, Raketen, Luft- und Raumfahrt, aber auch im übertragenen Sinne über hochfliegende Gedanken, Erfindungen und Theorien. Uranus gilt als geistiger Planet und er symbolisiert das geistige Erfassen größerer Zusammenhänge, indem man eine Angelegenheit sozusagen aus der Vogelperspektive betrachtet, um sie dann in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Deshalb gilt Uranus und damit auch das Zeichen Wassermann als Symbol für die Astrologie selbst, denn wir Astrologen erforschen ja die Zusammenhänge zwischen den Bewegungen der Himmelskörper und den gesellschaftlichen Entwicklungen unten auf der Erde. Dabei dient uns die alte alchemistische Weisheit wie im Großen, so im Kleinen oder auch wie oben, so unten als Leitgedanke. Im persönlichen Horoskop zeigt die Stellung von Uranus an, wo wir nach Unabhängigkeit und Freiheit streben, ob und wo wir der Gesellschaft neue Impulse geben können und wie originell unser Geist ist. Jetzt müssen wir aber auch kurz auf die Schattenseiten des Uranus eingehen, nämlich das Chaos. Wenn seine Kräfte außer Kontrolle geraten, dann werden wir sprunghaft und chaotisch oder wir verpulvern unsere Kräfte in sinnloser Rebellion, verhalten uns unberechenbar oder wir leiden unter Bindungsangst und Einsamkeit. Uranus steht auch für den blinden Fortschrittsglauben, der uns dazu bringt, immer neue Technologien zu entwickeln, ohne über die Konsequenzen für unsere Natur und Umwelt nachzudenken. Auch brutale Revolutionen, die dem humanistischen Fortschritt dienen sollen und dafür über Leichen gehen, gehören zu den dunklen Seiten der Uranuskräfte. Was passiert nun, wenn Uranus ins Zeichen Stier geht? Wenn wir uns den Stier als gepflegten, schönen Garten vorstellen, dann ist Uranus der Wind des Wandels, der durch die sorgfältig angelegten Rabatten bläst und alles ganz schön aufwirbelt. Aber dieser Wind ist eben auch der Wind der Inspiration und der Befruchtung. Deswegen habe ich als Motto-Bild auch diese Pusteblume gewählt. Sie braucht den Windstoß, damit sich ihre Samen entfalten und davon segeln können, um woanders neue Pflanzen hervorzubringen. Doch zu Anfang prallen erst mal Welten aufeinander, wenn Uranus in den Stier geht. Das Uranus-Prinzip ist mit dem Element Luft verbunden. Es setzt auf neue Technologien, soziale Netzwerke und digitale Technik. Der von Uranus beherrschte Wassermann sucht nach originellen Lösungen und möchte die Dinge anders machen als alle anderen. Der Stier ist verbunden mit der Venus im Element Erde und verkörpert das irdische, materielle Prinzip. Er ist traditionell, nachhaltig und bedächtig. Neuem gegenüber ist er erst mal misstrauisch, denn er hält gern an dem fest, was sich bewährt hat. Er legt Wert auf Besitz, Bequemlichkeit, Statussymbole und sinnliches Vergnügen. Das sind schon zwei recht gegensätzliche Prinzipien und die müssen sich erst mal arrangieren. Der Stier fühlt sich unter dem Einfluss von Uranus wahrscheinlich erst mal so befremdet wie diese Kuh im Raumanzug. Das wird kein sanfter Übergang, zumal 2018 auch noch der Mars, der im Wassermann rückläufig wird, den Konflikt zwischen den beiden Prinzipien anheizt. Dazu muss ich euch kurz erzählen, als wir dieses Video aufgezeichnet haben. Da standen ja dann diese beiden Planeten genau im Quadrat, Mars und Uranus, im Stier und im Wassermann. Ich hatte lauter technische Ausfälle, ich hatte technische Probleme, es passierten unerwartete Dinge. Wir mussten das ganze Video noch mal aufzeichnen. Das war also auch typisch für diesen Konflikt. Ihr müsst dann mit technischen Ausfällen rechnen, die ganz ungewöhnlich sind und sich dann auch oft schnell wieder auflösen, als wäre nichts gewesen. Aber in dem Moment hält es einen eben auf. Das ist einfach auch eine Seite von Uranus. Wie gesagt, Uranus herrscht ja im Wassermann und der ist genau wie der Stier ein fixes, also ein stures Zeichen. Der Stier beharrt auf seinem Status quo und möchte daran nichts ändern. Uranus beharrt darauf, dass sich jetzt alles ändern muss und besteht auf seinen revolutionären Ideen. Welche gesellschaftlichen Veränderungen sich auch immer ergeben in den kommenden Jahren, es wird wahrscheinlich ausdauernd darum gerungen werden und wenn sich etwas verändert, dann wird das für lange Zeit so bleiben. Wir können sozusagen das Zeichen Stier als Erdprinzip und Venusprinzip auch mit Mutter Erde oder auch der alten Erdgöttin Gaia gleichsetzen. Und interessanterweise waren in der griechischen Mythologie Gaia, die Mutter Erde und Himmelsgott Uranus schon einmal ein Paar. Sie waren das Urpaar der griechischen Götterwelt, die den Stammbaum der griechischen Götter begründeten. Allerdings war Uranus ein Wüstergeselle, ein Titan, der sich unmöglich benahm. Er wollte nur Sex mit Gaia, aber nicht, dass die dabei entstandenen Kinder das Licht der Welt erblickten. Sie blieben in einer Höhle gefangen, bis Gaia den wilden Kerl durch ihren Sohn Saturn kastrieren ließ. Der warf die Geschlechtsteile ins Meer, wo sie aufschäumten und daraus entstand dann die Venus. Wieder mal ein Beispiel für die krassen Geschichten der griechischen Mythologie. In der modernen Astrologie kommt jetzt die Wildheit von Uranus eher in der Dramatik plötzlicher Lebensveränderungen zum Ausdruck. Da hat er etwas Explosives. Er regiert ja auch Blitze und Elektrizität. Und er hat sich eben als geistiges Prinzip etabliert, als erfinderischer Funke, der den menschlichen Geist anregt, oft ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen. In der mythologischen Geschichte steckt ein interessanter Hinweis, nämlich, dass das männliche, geistige Uranus-Prinzip ursprünglich nicht in der Lage war, Verantwortung zu übernehmen für das, was es zusammen mit Gaia erschaffte, nämlich seine Kinder. Und im übertragenen Sinne bedeutet das, dass wir Menschen uns schwer tun, die Verantwortung für all die Dinge, die wir Kraft unseres Geistes erfunden und entwickelt haben, zu übernehmen. Wir erschaffen, erzeugen und verbrauchen mehr, als Mutter Gaia verkraften kann. Wir wissen, dass wir unsere Natur und Umwelt erhalten und nachhaltig wirtschaften müssen. Aber wir genießen auch den technischen Fortschritt und die Nutzung unserer heißgeliebten digitalen Spielzeuge wie Smartphones, Computer und das Internet. Uranus im Stier, das deute ich als kosmische Aufgabe, die Technologien besser mit den Bedürfnissen unserer Umwelt in Einklang zu bringen. Aber es ist nicht nur eine Aufgabe und es ist nicht nur schwierig, es ist auch eine große Chance. Wenn der Erfinder und Veränderer Uranus das Reich des pragmatischen, bodenständigen Stiers betritt, ist das die Chance, dass wir zu ganz praktischen, machbaren Lösungen kommen und Erfindungen vollbringen, die unserer Umwelt und unserem Planeten dienlich sind. Eine schamanische Aufrufung beginnt mit den schönen Worten Mutter Erde und Vater Geist. Es wäre schön, wenn es uns gelänge, in Harmonie mit beiden Kräften zu leben, wenn wir unsere geistigen und technischen Errungenschaften im Einklang mit unserer Umwelt gestalten könnten. Ich sage ja immer, man soll die Veränderungen mit Uranus als Chance sehen, nicht als Krise. Deshalb stelle ich euch jetzt einige wichtige Themen mit Uranus im Stier vor und wie sie für uns eine Chance darstellen können. Der Stier steht für die Pflege der Natur, für eine gute und üppige Ernährung, für einen nachhaltigen Umgang mit dem, was man besitzt. Außerdem symbolisiert er tatsächlich auch ganz direkt Kühe und Rinder und damit verbundene Ernährungsfragen. Ich sehe die Chance, dass wir bewusster Fleisch essen oder mehr und mehr Vegetarier werden. Und es wird neue Gesetze geben, die das Tierwohl mehr in den Vordergrund rücken. Erste Ansätze dazu sind ja bereits gemacht. Der Stier als Venuszeichen regiert auch das Geld und unsere materiellen Werte. Deshalb glaube ich, dass sich für die weltweiten Finanzmärkte große Umwälzungen ankündigen. Eine typische Entsprechung von Uranus im Stier gibt es bereits, nämlich die Kryptowährung Bitcoin. Hier haben wir einen Wert, das entspricht dem Stier, den es aber nur digital gibt. Das entspricht dem Uranus-Prinzip. Bisher war die Entwicklung des Bitcoins allerdings recht chaotisch. Mit Uranus im Stier können wir erwarten, dass die Währung eine vernünftige Grundlage und Struktur bekommt, sodass sie eine gewisse Verlässlichkeit entwickelt. Aber für solche Sachen bin ich keine Expertin. Da müsst ihr euch an meinen Lebensgefährten Ray Merriman halten. Der ist Experte für Finanzastrologie und veröffentlicht jetzt auch regelmäßig den neuen Bitcoin-Report. Ich verlinke euch seine deutschsprachige Webseite unten in der Videobeschreibung oder im Podcast in den Shownotes. Die Werte des Stiers umfassen neben dem Geld auch, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Grund und Boden und Bauen sind deshalb wichtige Stierthemen. Da könnte die erneuernde Kraft von Uranus Gutes bewirken. Hier in Deutschland haben wir ja riesige Probleme mit dem Wohnungsmarkt und es muss neuer Wohnraum geschaffen werden. Uranus bringt neue Technologien beim Bauen, wie das ja bereits dank der 3D-Drucker im Gange ist, die ganze Häuser ausdrucken können, die zuvor digital entworfen worden sind. Wir werden auch mit unseren Ideen für die Städte der Zukunft mit einer besseren Integration von Naturflächen Fortschritte machen. Das jedenfalls meine Hoffnung und es ist die Chance. Im Stier ist auch das Thema Bekleidung angesprochen, als Schutz unseres Körpers, aber auch im Zusammenhang mit Mode und Schönheit, weil der Stier ja von der Venus regiert wird. Der Einfluss von Uranus könnte hier zur Entwicklung neuer Modetechnologien führen, neuer Materialien, die umweltfreundlicher in der Herstellung sind und gute Trageeigenschaften besitzen. Ich denke da auch an diese neuartige Funktionsmode, bei der man mit seinem T-Shirt auch das Handy aufladen kann und solche Sachen. Die sind zwar noch in der Entwicklung begriffen, aber hier erwarte ich doch große Fortschritte. Und diese Tendenzen dürften mit Uranus im Stier ein gutes Stück weiterkommen. Der Stier ist ein sehr körperbetontes Zeichen, während Uranus für alles Digitale steht. Und wenn sich diese beiden Prinzipien verbinden, dann denke ich auch an die sogenannte Bionik. Das ist ein Forschungsgebiet, wo wir sozusagen von dem, was die Natur uns vormacht, an erstaunlichen natürlichen Entwicklungen und Techniken, die sie entwickelt hat, etwas lernen und das dann künstlich umsetzen. Und auf diesem Wege denke ich, dass wir auch Fortschritte machen werden bei bestimmten medizinischen Problemen. Zum Beispiel gibt es ja Implantate, die elektronisch oder digital gesteuert werden und die bei körperlichen Gebrechen und Beschwerden helfen können. Es wird ja auch nach Durchbrüchen geforscht, wie man mit Hilfe der digitalen Technik durchtrennte Nerven wieder miteinander verbinden kann. Vielleicht erreichen wir auf diesem Gebiet große Fortschritte. Das ist jedenfalls eine Hoffnung. Schließlich ist eins der wichtigsten modernen Stichworte und Schlagworte für den Stier die Nachhaltigkeit. Da geht es darum, wie wir dafür sorgen können, dass nicht so viele Lebensmittel weggeworfen werden, dass gebrauchte Dinge zurück in den Konsumkreislauf gelangen und dass wir wertvolles recyceln. Hierbei kann uns die digitale Technik große Hilfe leisten, indem wir uns vernetzen und die nötigen Informationen viel gezielter austauschen können. Moderne Technologien werden ja auch bei der Recyclingtechnik eingesetzt. Da erwarte ich große Fortschritte. Genauso auch wie bei der Entwicklung von kompostierbaren Materialien sowie dem Einsatz von Mikroorganismen bei der Vernichtung von Plastikmüll. Natürlich wird sich der Uranus-Transit auch stark für unser persönliches Erleben auswirken. Und darum soll es jetzt gehen. Jetzt schauen wir, wie sich diese Konstellation für die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Bitte denkt immer dran, dass wir hier nur über die Sonne in eurem Horoskop reden und bei der Häuserstellung reden wir von den Sonnenhäusern, die euer Sternzeichen als kollektive Gruppe betreffen, nicht euer individuelles Horoskop. Je nachdem, was ihr sonst noch für Positionen im Horoskop habt und welche Planeten betroffen sind, kann sich Uranus auch noch weitergehend für euch auswirken. Das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären. Und dafür habe ich wieder ein Geschenk für euch, nämlich eine Uranus-Beratung. Das ist eine spezielle Kompaktberatung, dauert 30 Minuten und darauf bekommt ihr 30 Prozent Rabatt gegenüber der normalen Kompaktberatung. Und dazu erhaltet ihr auch noch einen Mitschnitt als MP3, damit ihr noch lange etwas davon habt. Und in dieser Beratung klären wir eben, wie sich der Transit von Uranus in den kommenden Jahren in eurem persönlichen Horoskop zeigt und was das für Auswirkungen hat. Ja, unten in der Videobeschreibung und beim Podcast in den Shownotes findet ihr einen speziellen Link, der euch zu dieser Beratung führt. Und diese Sonderaktion gilt einmal pro Person und nur für eine begrenzte Zeit. Deshalb meldet euch schnell an. Ich hoffe, dieses Geschenk gefällt euch. Der Uranus-Transit erstreckt sich ja über sieben Jahre. Und welche Geburtstagskinder den Aspekt wann empfangen, das erfahrt ihr in meinen jeweiligen Jahreshoroskopen in eurem Erlebnishintergrund. An dieser Stelle gebe ich euch schon mal einen Überblick, wann der Uranus durch welche Dekade laufen wird. Dabei seht ihr, dass es da zum Teil Überlappungen gibt in der Zeit und dass sich Uranus in der mittleren Dekade besonders lange aufhält. Das liegt daran, dass Uranus jedes Jahr für rund fünf Monate rückläufig wird, weil wir ihn mit unserer Erde überholen. Dadurch zieht sich der Wechsel zwischen den Dekaden wie auch zwischen den Zeichen oft über Monate hin. So wird Uranus von November 2018 bis März 2019 noch mal in den Widder zurückkehren, bevor er endgültig in den Stier geht. Und dort bleibt er dann bis Juli 2025. Dann wechselt er in die Zwillinge, kehrt aber von November 25 bis April 2026 noch mal in den Stier zurück. Und deswegen habe ich 2026 als endgültiges Ende der Stierperiode angegeben. So und hier noch mal der Überblick über die Dekaden. Durch die erste Dekade läuft Uranus von Mai 2018 bis April 2021, fängt aber vorher 2020 schon auch an, in die zweite Dekade reinzulaufen. Und das geht dann bis März 2024. Und die dritte Dekade streift er schon im Juni 2023 und verlässt ja dann eben den Stier endgültig 2026. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich der Transit für die Sternzeichen auswirkt. Für die Widdergeborenen vollendet sich nun eine siebenjährige Phase, in der sie Uranus im eigenen Zeichen hatten. Tatsächlich haben viele Widder in den letzten Jahren ihr Leben umgekrempelt, neue Projekte angeschoben, neue Beziehungen angefangen oder sich getrennt und sicherlich auch einigen Stress gehabt. Denn gleichzeitig wirkte ja auch Pluto aus dem Zeichen Steinbock auf euch ein und zuletzt auch der Saturn. Das war eine sehr starke kosmische Spannung, mit der ihr da fertig werden musstet. Die löst sich jetzt auf und der Druck, ständig mit etwas Neuem oder einer neuen Lösung aufwarten zu müssen, lässt nach. Für euch geht Uranus damit ins zweite Sonnenhaus des Geldes. Und das kann bedeuten, dass es finanziell aufregende, aber auch unsichere Tendenzen für euch gibt. Risikofreudige Widder haben Grund zur Freude, denn sie haben jetzt große Gewinnchancen. Aber ich rate euch, vorsichtig zu sein und nur dann ein Risiko einzugehen, wenn ihr eurer Sache ganz sicher seid und am besten auch feste Beträge nur zu riskieren. Denn sonst heißt es, wie gewonnen, so zerronnen. Viele Widdergeborene haben aber auch Planeten im Stier. Dann würde sich Uranus da noch ganz direkt für euch auswirken. Das können wir dann zum Beispiel in der Uranusberatung klären. Und wir kommen zum Stier. Ja, ihr Lieben, für euch beginnt nun eine ganz, ganz wichtige Lebensphase, denn Uranus bringt in den nächsten sieben Jahren einschneidende neue Entwicklungen in eurem Leben. Er bringt den Wunsch nach Erneuerung und Befreiung. Manchmal sind es aber auch äußere Umstände, die euch zwingen, euch zu verändern. Sei es beruflich, sei es eure Wohnsituation, sei es eure Partnerschaft oder eure persönlichen Herzensprojekte. Uranus sorgt für neue, frische Impulse. Ob ihr das jetzt als bereichernd oder als störend erlebt, hängt davon ab, wie ihr euch darauf einlassen wollt und könnt. Im Zeichen Stier hält man ja gerne an dem Erreichten und Bewährten fest und sträubt sich gegen neue Entwicklungen. Jedenfalls, wenn diese plötzlich und abrupt kommen, was unter Uranus durchaus passieren kann. Wenn ihr es aber als Chance seht, auf eurem Weg weiterzukommen, bringt euch dieser Transit aufregende neue Möglichkeiten. Vor allem in den kommenden zweieinhalb Jahren, solange Saturn in einem günstigen Aspekt zur Stiersonne steht, werdet ihr diese Energie nutzen können, um konstruktive, gute Veränderungen auf den Weg zu bringen, die euch langfristig weiterbringen. Und so sieht es für euch Zwillinge aus. Wenn Uranus in den Stier wechselt, bildet er dann keinen direkten Aspekt mehr zu eurem Sternzeichen. Im Sonnenhoroskop der Zwillinge geht er damit ins zwölfte Haus der Spiritualität. Wenn ihr dafür empfänglich seid, werdet ihr euch vielleicht in eurer spirituellen Haltung in den kommenden Jahren ganz neu ausrichten oder ihr interessiert euch für neue spirituelle Techniken und Übungen, um in Kontakt mit der geistigen Welt zu kommen. Der Transit kann auch unruhige Träume und nächtliche Eingebungen bringen. Es kann eine gute Zeit sein, ein Traumtagebuch zu führen oder das Klarträumen zu üben. Viele Zwillinge haben aber auch Planeten im Stier, die eventuell von diesem Transit ganz direkt betroffen sind. Um das herauszufinden, würde sich eine Uranus-Beratung für euch lohnen, damit ihr wisst, wo die Reise in den kommenden Jahren hingeht. Und wir schauen für die Krebsgeborenen. Für euch ist der Wechsel von Uranus in den Stier eine sehr gute Nachricht, denn der große Erneuerer wird dann einen harmonischen Aspekt zur Krebssonne bilden, nachdem er vorher sieben Jahre lang in Spannung zu eurem Zeichen stand. Das bedeutet, dass sich Neuerungen und Veränderungen in eurem Leben nun harmonischer einfügen lassen und dass ihr durch gute Leute schöne Anregungen bekommt und unterstützt werdet bei euren Vorhaben. Ihr fühlt euch weniger vom Kosmos geschubst und gezwungen, euch neu auszurichten, als vielmehr in angenehmer Weise angeregt. Für euch ist es auch sehr günstig, dass Uranus damit aus der Spannung zu eurem Partnerhaus herausgeht. Das bringt auch mehr Harmonie in euer Beziehungsleben, denn ihr könnt partnerschaftliche Herausforderungen jetzt mit viel Esprit und guten Einfällen meistern. Uranus geht dann für euch ins Sonnenhaus der Freunde und zeigt an, dass ihr wahrscheinlich interessante neue Leute kennenlernt, mit denen ihr euch gerne anfreundet und die euch viele gute Anregungen bringen. Auch euer berufliches Netzwerk wird sich um interessante neue Leute erweitern. Und jetzt sind die Löwen an der Reihe. Für euch ist der Eintritt von Uranus ins Zeichen Stier von großer Bedeutung, denn der Veränderungsplanet wird dann in einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne gehen und zwar aus eurem zehnten Sonnenhaus der Karriere heraus, nachdem er zuvor sieben jahrelang vorteilhaft für euch stand. Ihr empfindet dann vielleicht Veränderungen und Wechsel der Lebensumstände nicht mehr so angenehm und anregend wie bisher, sondern vielleicht eher als störend und chaotisch. Vielleicht würdet ihr jetzt gerne mal zur Ruhe kommen, müsst aber feststellen, dass es auch in Zukunft Herausforderungen zu meistern gibt. Vielleicht eben durch eure Karriere, dass es bei euch oder auch eurem Partner eine Veränderung im Job gibt und einer muss in einer anderen Stadt arbeiten und ihr müsst plötzlich eine Fernbeziehung führen oder Menschen, die euch nahestehen, ziehen weg oder es steht an, eine Beziehung zu beenden, die nicht mehr funktioniert oder einen Job zu kündigen, der nicht mehr funktioniert. Versucht, in solchen Entwicklungen die Chance zu sehen und nicht die Krise. Chiron wird ja in den nächsten sieben Jahren sehr vorteilhaft für euch stehen und eure Fähigkeit stärken, die Lernaufgaben in den Herausforderungen zu sehen. Ihr werdet dadurch zu noch besseren Vorbildern und Evolutionsagenten, auch wenn es anstrengend ist. Und wir kommen zu den Jungfraugeborenen und für die ist der Wechsel von Uranus in den Stier ein sehr prickelnder Aspekt. Nicht nur eure Ideen und eure Klugheit kommen gut an, ihr habt auch eine sehr attraktive Ausstrahlung. Magnetisch zieht ihr interessante Leute in euer Leben, mit denen ihr die gleichen Interessen teilt und euch gegenseitig inspiriert. Ihr habt gute Ideen und könnt regelrechte geistige Höhenflüge erleben. Vor allem in den kommenden beiden Jahren, wenn auch Saturn günstig für euch steht, werden euch diese beiden Einflüsse gleichzeitig anregen und ihr werdet auch manifestieren, also eure Ideen in die Tat umsetzen. Uranus geht dann durch euer neuntes Sonnenhaus und wird euch enorm anregen, euren Horizont zu erweitern und vielleicht noch mal zu einer ganz neuen Lebensphilosophie zu finden. Ihr werdet gedanklich und auch ganz konkret in eurem Leben zu neuen Ufern aufbrechen. Nehmt euch etwas vor, was ihr schon immer tun wolltet und noch nie zuvor getan habt. Und jetzt schauen wir für die Waagegeborenen. Ja, ihr Lieben, wenn ihr in der Waage geboren seid, bedeutet der Übergang von Uranus in den Stier eine spürbare Veränderung, eurer psychologischen Empfindung in euren Beziehungen. Uranus geht damit aus dem direkten Frontalaspekt zu eurer Sonne heraus und der war hier ja vorher im Widder und das werden wahrscheinlich viele von euch als Entlastung spüren. Uranus gilt ja als Unruhestifter und er hat für die Beziehung der Waagegeborenen viel Chaos gebracht, gleichzeitig aber auch viele neue interessante Partnerschaften und Bekanntschaften gestiftet. Jetzt kommt in den Bereich etwas mehr Ruhe rein. Wenn ihr eine neue Partnerschaft begonnen habt, kann sie sich nun stabilisieren. Allerdings bleibt oft eine gewisse Sehnsucht, ein Gefühl, dass es nicht hundertprozentig passt oder dass man immer wieder aufeinander zugehen und mehr Verständnis füreinander entwickeln muss. Weil ihr gleichzeitig auch Chiron im Sonnenhaus der Partnerschaft haben werdet in den nächsten Jahren, zeigt der Kosmos, dass es weiterhin Lernaufgaben in euren Beziehungen gibt, an denen ihr wachsen und euer Bewusstsein erweitern werdet. Und wir kommen zum Skorpion. Ja, wenn ihr im Skorpion geboren seid, liegt nun eine aufregende Phase vor euch, denn Uranus wird in den kommenden sieben Jahren durch euer kosmisches Partnerhaus wandern. Dabei bildet er einen frontalen Aspekt zu eurer Sonne, der sehr herausfordernd ist. Manche von euch werden dann den Drang verspüren, in ihrer Beziehung etwas zu verändern oder eine neue Beziehung anzufangen. Es gibt neue Einflüsse, zum Beispiel eine Jobveränderung, die dazu führt, dass einer von euch umziehen muss und beide Partner müssen sich darauf einstellen. Wenn einer nicht mitmacht, kann das zur Trennung führen. Günstig ist der Aspekt für die Singles unter euch, denn für sie zeigt Uranus aufregende und spannende neue Begegnungen mit außergewöhnlichen Leuten an. Allerdings müsst ihr mit Beziehungen, die ihr unter einem direkten Uranuseinfluss anfangt, vorsichtig sein, denn sie können sich als Strohfeuer erweisen. Dann hilft wieder mal die 90-Tage-Regel, das heißt drei Monate abwarten, ehe man sich näher einlässt und sein Herz verschenkt. Der direkte Uranus-Transit auf die Sonne zieht sich allerdings bis zu zwei Jahren hin und während dieser Zeit muss man immer wieder mit unerwarteten Entwicklungen rechnen, zum Beispiel, dass man zeitweise eine Fernbeziehung führen muss. Wann welche Geburtstagskinder von dem Transit betroffen sind, das erfahrt ihr jeweils in meinem Jahreshoroskop im Erlebnishintergrund. Aber für euch würde sich auf jeden Fall auch die Uranus-Beratung lohnen. Und damit sind wir beim Schützen und für die Schützegeborenen wird Uranus aus dem direkten förderlichen Aspekt zur Sonne herausgehen. Er zeigt an, dass es jetzt für euch Zeit wird, die neuen Ideen und Anregungen, die ihr in den letzten Jahren empfangen habt, auch umzusetzen. Dabei bildet er allerdings einen speziellen Aspekt zu eurer Sonne, der es euch nicht so ganz einfach macht. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich die neuen Liebesaffären oder Hobbys oder künstlerischen Entwicklungen, die ihr mit Uranus begonnen habt, nicht so leicht in euren Alltag integrieren lassen. Oder ihr bekommt neue Aufträge und Chancen. Das Ganze spielt sich ja dann für euch im Sonnenhaus des Berufs ab. Aber diese Chancen passen vielleicht nicht vollkommen zu euch. Ich kenne eine junge Schützin. Sie ist Sängerin und Künstlerin und darf auf eine große Karriere hoffen, muss sich aber noch finden. Kürzlich erhielt sie ein Riesenangebot für eine professionelle Unterstützung ihrer Künstlerkarriere durch eine Agentur. Doch sie sollte als Deutschrapperin auftreten, was überhaupt nicht im Musikstil ist. Schweren Herzens lehnte sie das Angebot ab, weil sie sich lieber treu bleiben wollte. Ich halte das für die richtige Entscheidung. So solltet ihr es auch machen. Bleibt euch treu, bleibt authentisch. Es wird wohl nötig sein, manche Anpassungen vorzunehmen, aber die darf nicht gegen euer innerstes Ich gehen. Dabei werdet ihr unterstützt von Chiron. Der bildet in den kommenden Jahren einen positiven Aspekt zu eurer Sonne, was eure Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen wird. Und so sieht es für die Steinbockgeborenen aus. Für euch ist der Wechsel von Uranus in den Stier ein günstiger Aspekt. Er bringt ein angenehmes Gefühl von frischem Wind, Inspiration und erotischem Knistern. Und er wird in den kommenden Jahren durch euer fünftes Haus der Lebensfreude und Kreativität laufen. Das ist eine super Position für Uranus. Zuvor hattet ihr eine siebenjährige Phase mit Uranus Entspannung zu eurem Sternzeichen. Das war teilweise schwierig, denn der Wunsch nach Erneuerung oder Veränderung ließ sich nicht so ohne weiteres integrieren. Oder ihr wurdet von außen gezwungen, euch in eine Richtung zu verändern, die ihr vielleicht gar nicht wolltet. In den kommenden sieben Jahren lassen sich Neuigkeiten und Veränderungen in eurem Leben viel besser und einfacher integrieren. Das kann sowohl eure Jobsituation betreffen als auch eure Beziehungen oder wenn ihr den Wunsch habt, euch für euer Heim oder euren Job eine neue Technologie zuzulegen. Steinböcke, die noch solo sind, können mithilfe von Uranus aufregende und interessante Flirtpartner finden. Welche Geburtstagskinder den Aspekt wann empfangen, diese Information findet ihr dann in meinem jeweiligen Jahreshoroskop für euer Sternzeichen. Und ansonsten empfehle ich natürlich die Uranusberatung. Wenn ihr im Wassermann geboren seid, dann ist Uranus euer Herrscher und wenn er in den Stier geht, bildet er einen Spannungsaspekt auf eure Sonne und zwar aus eurem kosmischen Haus der Familie heraus. Ihr werdet den Drang verspüren, etwas zu verändern, manchmal auch verursacht durch äußere Ereignisse. In Beziehungen denkt ihr vielleicht an Trennung, weil ihr das Gefühl habt, dass die Wellenlänge nicht mehr stimmt. Da müsst ihr euch auf jeden Fall bewusst für eure Beziehung engagieren, um diese neuen Entwicklungen gemeinsam zu bewältigen. Auch in der Familie werden sich Dinge ändern, zum Beispiel weil jemand aus- oder einzieht, weil ihr den Wohnort wechselt oder weil ihr arbeitsbedingt wegziehen müsst. Diese Einflüsse sind aufregend, aber auch anstrengend. Es ist nicht immer leicht für euch, diese neuen Entwicklungen zu verstehen und zu erkennen, was zu tun ist. Ihr könnt das ganz stark beeinflussen, indem ihr euch mental darauf einstellt, Veränderungen willkommen zu heißen, selbst wenn sie nicht in eure Vorstellung vom Leben zu passen scheinen. Wenn ihr flexibel reagiert und auch bereit seid, eure innere Einstellung zu ändern, wird es einfacher und lohnender für euch, die neuen Energien von Uranus in euer Leben zu integrieren. Und mehr dazu würdet ihr natürlich in der Uranusberatung erfahren. Für die Fischegeborenen ist der Wechsel von Uranus in den Stier eine gute Nachricht, denn Uranus bildet dann einen förderlichen und anregenden Aspekt zur Fischesonne. In der Liebe bekommt ihr Lust, mit eurem Schatz Neues auszuprobieren und wenn ihr Single seid, fühlt ihr euch vielleicht zu deutlich jüngeren Partnern hingezogen, jedenfalls zu Menschen, die lustig und ungewöhnlich sind und die euch faszinieren. Ein solcher Flirt kann sehr belebend und erfrischend wirken. Uranus geht dann in euer drittes Sonnenhaus und das heißt, ihr werdet euch vielleicht ein neues Interessengebiet erschließen oder es gibt interessante neue Entwicklungen bei euren Geschwistern. Außerdem wird Uranus auf die Dauer auch einen Harmonieaspekt zu eurem Herrscher Neptun bilden. Und das ist eine gute Nachricht, denn dann könnt ihr neuen Liebesgeschichten wieder mehr vertrauen und seid insgesamt sehr inspiriert. Das waren meine Gedanken zum Wind des Wandels, zum Durchgang von Uranus durch das Zeichen Stier. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen, die mitgewirkt haben, die mich unterstützt haben. Auch meiner Tochter Marilene, die den Text noch mal gegengelesen hat und natürlich meiner Videofee Lara, die das hier alles mit mir produziert hat und bei den Kollegen von Pixabay, wo ich diese schönen Bilder hier gefunden habe, die ich hier immer benutze und die kreative Menschen im Internet kostenlos zur Verfügung stellen. Und damit zu meinem Beratungsgeschenk. Das findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dieses Video auch teilen würdet, damit sich auch andere über diesen wichtigen Transit informieren können. Hier auf meinem Kanal erscheinen ja jeden Monat die neuen Monatshoroskope mit den aktuellen Tendenzen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dazu müsst ihr einfach nur hier klicken, dann kostet das gar nichts und ihr werdet automatisch benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade. Ich habe noch weitere schöne Specials für euch über Chiron, Saturn und Lilith zum Beispiel und noch mehr, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Dann schaut doch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.